Ich mache mal am Spielplatz was lustiges, eine Münzenjagd, wer in 15 Minuten am Eisenmünzen findet. Und ja, der David ist auch wieder dabei, schalte mal seinen Kanal ein, die Budler. Verlink mich. Ja, ich kann dich eh verlinken. So, jetzt müssen wir einen Timer machen. Ja, und du mit den ORX. Jetzt mache ich mal den Bodenabgleich. Mach dabei den Phantom. Machst du? 15 Minuten? Warte, bis ich los sage. Scheiße, jetzt ist ein Fehler. Du hast einen 75er, dann mache ich halt Manuel. Jetzt haben wir 15 Minuten. Warte, ich mache schnell Manuel 75er. 15 Minuten. Zeig, wenn ich starte. Ja. Ach, der 74er. Kann ich starten? Nicht. Drei, zwei, eins, los. 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 Entschuldigung. Jetzt ist es. Ich weiß es. oh das ist so dreckig tief so 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 Was ist das? oh das ist so bad nichts was? nichts welche? sind denn? ok, scheiße Pascal hat gesagt kurz was? ok hier ist das von welchen youtuber? german würde ich schauen oj da neee vier Opfer vier Opfer vier Opfer wir nehmen und packt ihn aber der Karrer ist ab hol der hinterher jetzt bin ich oben wo ich graben muss danke, 10 Cent wie hat die hier gelegt? nichts jetzt wandelst du hier nicht ab? nein ich habe 10 Cent gleichstand gleichstand david 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 ok cool ich habe meine Mutter schon gesagt wie geht wo? hey hey wie ist die zähl ja 20 scheiße macht schon den Betrag wie viel? ja am ende zählen wir nach den 15 minuten oh ich habe 2 Euro das ist 2 Euro das ist 2 Euro das ist 2 das ist 2 das ist 2 Euro das ist 2 Euro das ist 2 Euro das ist 2 Euro 1 Euro ich habe 1 Euro 1 Euro 1 Euro 20 Donald taucht mich an Coca Cola überlebt mich komm mal komm mal komm mal hast du 2? Geh mal den Scheiß zurück, Entschuldigung. Wann haben wir die ausbekommen? Wann haben wir die ausbekommen? Wann haben wir die ausbekommen? Aha, wieder 20 Cent. Vergraben, aber nicht hingelegt. Hast du was? Hey, wenn ich mir die ausbekommen schaue? Ja, hier mache ich ja. Bei 1 Euro. Was ist das? Der Wappel. Der 68er. Der 68er. Ich schätze ich da nicht mehr hinterher. Ah, nein. Dann machen wir wieder zu, aber pst. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie anders halten. Der 68er. Und der Brumm ist dort. Der 68er. Ok, ist noch ein bisschen unten. Wir können uns noch eine Pizza bestellen. Ja ok, machen wir. Das ist zu tief. 1,40 Euro. David, wie viel bist du? Wie viel bist du? 30 Cent, aber das war nicht geschummelt. 1,70 Euro. 1,60 Euro. 1,70 Euro. 1,70 Euro. 1,70 Euro. 1,70 Euro. na na er sieht man ich schau mal auf was der geht wie klein ist rot warte das darf ich noch auskommen du darfst noch 2 minuten machen warte 2 minuten 2 minuten hast du weil du geredet hast 2 minuten David hast du noch ok ok David 2 minuten hast du noch nein nicht geworfen gibst du ab ich hab Glücksschilling gefunden Applaus von Oax mit deinen schönen tollen Oax hast du dir vor wieviel Wochen gekauft hast gestern gestern super hast du eh gute Sachen gold und bei was willst du ihn grüßen 24 grüße mein Vater für den Oliver liebe größe von David das war's das war's mit der Folge 4 das war's lasst einen Like da und ein Abo wenn es euch gefallen hat und bis nächste Woche bis dahin bis dahin